Ich bin der Rudi Offa und das ist meine Frau, die Vegene. Wir leben in Österreich, in Tirol, in der Nähe von Innsbruck. Ich habe in Innsbruck studiert und zufällig sitzt einer von unseren Professoren auch im Rollstuhl. Er veranstaltet immer den Rollstuhlbasketball und dort haben wir uns kennengelernt. Vor ca. 20 Jahren hatte ich einen Skiunfall. Da habe ich mir den fünften und sechsten Halswirbel hier gebrochen. Es ist eine inkomplete Querschnittslähmung. Mich freut das Leben und ich merke einfach, dass man auch trotz des Handicaps des Rollstuhls ein sehr gutes, qualitativ hochwertiges Leben haben kann. Speziell bei uns in Europa, weil da die Infrastruktur auch gut ist und weil man auch als Rollstuhlfahrer absolut akzeptiert wird. Wir sind ganz besonders in dem, dass ich aus Afrika bin und er aus Europa. Wir haben zwei ganz hübsche Kinder. Ich fühle mich eigentlich wohl und ich fühle mich nicht diskriminiert von den anderen. Die Menschen sind mehr offen, habe ich ein Gefühl. Wir können stolz sein, dass man wählen darf. In vielen Ländern auf der Welt kann man gar nicht wählen oder man hat nicht die Möglichkeit. Deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass man seine Meinung ausdrückt, indem man wählen geht und sagt, in welche Richtung soll Europa gehen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das?